221 so hallo und jetzt bekommen YouTube-Kanal wir machen mal wieder Saints Row 4 Let's Play und ja wir machen jetzt eine Nebenaufgabe mal wieder jetzt kommt er nicht voll verloren aber loll was ist der für eine geile Bude hier wer denn Piers trifft dich mit Piers auf dem Schiff wir haben gerade eben so eine neue Waffe bekommen wie heißen die nochmal Laser-Kanone ja genau jetzt mal ausgerüstet hey Biers wir haben ein paar gute Zeiten zusammen gehabt haben wir hell ja singen shooten runnin' country willst du zuerst casual Sex zu diesem Lass ich normalerweise nicht so schwimmen, aber f*** ich bin da er trifft dich mit Piers auf dem Schiff das soll ich schon gemacht ja hab ich gerade gemacht er hat mich gerade geknallt ja es ist eigentlich so eine komische Minigun einfach nur Alex ja das ist eine Laser Minigun das ist die die diese komischen Dinger da auch haben heißen die? hm ja Terminatoren da ich weiß schon was man ja die Terminatoren da die Mörder-Bots ja du musst schon annehmen ne? ja ich bin ich bin gerade im D&D und ich bin gerade wieder auf dem Weg zurück zum Spiel Biele im Verkehr hm this one should really Waffenlager wo ist denn da die Waffen? ja Alex es wäre super wenn du mal kommen würdest wir sind nur auf dem Gegner jo ich bin unterwegs bin gerade unterwegs da hin Spiele im Verkehr Spiele im Verkehr ah Junge fuck du hast jetzt gleich fast kein Leben mehr alter ja ach b benutze auch unsere Telekinese uch Telekinese hab ich nicht komm nochmal dann jo hä Alter ich immer wenn ich A drücke alter du bist tot nein bin ich nicht warte ja steht doch hey ich wollte eigentlich diese unser Telekinese-Move einsetzen damit wir wir haben doch so ein Lebenstelekinese da bekommen oh und hat den Schild entwünscht alter Junge Junge willst du mich verarschen so jetzt jetzt aber ja jetzt ich hab doch eingenommen oder? ja hast du ich glaub's ne du hast abgelehnt oh verarschen jetzt endlich haben wir's geschafft die Mission anzunehmen oh mein Gott das beste tausend Jahre haben wir gebrauten schon wieder gefreut Adrenalin auch wir müssen hier wieder auf die Fresse fliegen und so ne? ja man aber was mach ich denn? ja was sind das eigentlich für komische das sind gar keine Polizeiautos mehr die uns hier jagen sondern irgendwas anderes ich hab dich jetzt äh äh keine Ahnung wer sind das ja irgendwelche Chips-Tüten oder Sau ist ja voll geil was ist das mit Chips-Tüten? vielleicht wären das ja vielleicht sind das ja Chips-Tüten diese Dinger da und Setzerfolgen ne das sind ja so ne komischen ich glaub das ist die andere Gang ich glaub wir haben es gibt ja es gibt ja nicht nur nur Saints es gibt ja auch zwei andere äh Gangs ja das sind halt einmal die Borderlands und einmal die andere Gang ich glaub davon hört man was im zweiten Teil von Saints Row oder wo irgendwie sowas war das ist der erste Teil von Saints Row in die Spiele ehrlich gesagt na echt achso ja 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 ich liege unter dem Auto aber irgendwie hat es mir nicht ausgemacht oh Junge ich bin voll schlecht grad ne ja ich weiß auch nicht hä ja jetzt 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 das hat mein Ding gleich voll hui 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 hey WTF Mann was ist denn da alles los was ist denn da alles los he must be mad oh wir müssen 500.000 schaffen ne ja 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 ok das ist mehr wenn ich deine Luft bringt bringt das irgendwie mehr jackass ich hab nicht so dieあの Seconders ne ne es ist Oder sollen wir das Adrenalin von anderen Menschen vollgeben? Ich hab wohl keine Ahnung. Hey, jetzt ist der Adrenalin-Modus aktiv. Oh, Adrenalin, der hat nicht umgehauen. Alter, was machen die denn? 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 Wie die sich bei mir hier über's bekämpfen? Oder mich bekämpfen wollen? Ja, bei mir auch. Ja, we- Alter, was zur Hölle? Ich hab mir alle, ich hab mir alle Dinger gebrochen, alle Beine und so, Zeug. Alle Beine, zwei. Alter. Wir müssen wenigstens Bronze schaffen, ne? Ja, Bronze schaffen wir, komm. Ah, Junge, das wird wehtun, das wird wehtun. Ah, mach, 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 punkte eigentlich. Ich hab doch 11.000, 13.000. 34.000. 34.000. Oh, Junge, jetzt geht's, oh Junge, jetzt geht's auf die Fresse. Oh, Klatsch, oh fuck, alter. Ich hab 77.000 Punkte gemacht. Ich hab 67.000. 74.000. 77.000. 78.000. 80.000. 92.000. 156.000. Und jetzt wird die Fresse geflogen. Ich hab' dich jetzt! Komm, ja, hau mich um, hau mich um, hier. Alter, die Autos wollen mich nicht um haben. Ich bin einmal hingeflogen, hab' direkt 22.000 bekommen. Noi. Scheiße, jetzt hab' ich gegen ein Schild geflogen. Oh, Junge, ja komm, Auto fahr' mich um, fahr' mich um, Auto. Oh, der Junge, das Auto fährt nicht auf mich. Auto macht mich wohl nicht. Das ist eine gute Idee. Ich denke, jetzt fahr' man ein bisschen schneller hier oben auf der Autobahn. Nee, fahren die nicht, äh. Warum fahren die nicht? Ja! 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 Ja, geil, äh. Komm, klatsch! Oh! Ich find' dich, Bette! Oh, wie viel Angst ist genug? Oh, Alter! Oh, das ist ein Schild! Oh, Junge, nee! Ich wollte gegen den... Oh, Junge, komm! 20.000 schaffen mich schon noch, oder? Hoffentlich, ich bin jetzt noch im Flug drinnen gerade. Ja, ich auch. Ja, ich hab' 20.000. Warte, ich auch gleich. Shit! Oh mein Gott, es ist voll dumm auf die Fresse geflogen. Komm schon! Ja. Komm schon! Oh! Nein! Ich hab' 200.000, 300.000. Zieh durch, du brauchst 200.000. 200.000 drauf nicht. Ja, ich hab' nicht. Solange du noch weitermachst, kann ich auch noch weitermachen. Also, versau's nicht. Holy shit! Ich hab' nochmal 50.000. Ja, Junge, komm! Ich bin noch mal am Sturz drinnen jetzt. Das schaffen wir! Go, 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 go! Ja, Junge, ich hab' 35.000, Alter! Spring direkt hoch und mach' neu! Mach' ich gerade! Ja, ich hab' putter 1.000! Ja! Wir haben's geschafft! Wir haben Gold geschafft! Boah, Junge! Oh mein Gott! Ja, das war die ganze Zeit schon auf Null, äh, das Ding, äh, voll komisch! Boah! Geil! Fortfahren, Bargeld! Oh, wir haben 5.000! 7.500 Bargeld bekommen, das wollte ich uns nicht. Das war geil! Definitiv, ja! West gemacht! Können wir noch schnell eine kurze machen? Ja! Ein Nebenkrecht ziehen können wir schon machen, ja? Die jetzt zu Ende, die wir gerade gemacht haben, oder? Ja, ich glaub' schon. Wo, welchen, welche war das denn? Äh, keine Ahnung, welchen war das denn? Oh, nicht, hä? Wir haben... Bart übertrumpfte alles, jetzt müssen uns mit uns mit Piers auf dem Schiff treffen. Ach so, ja, stimmt. Jetzt komme... Inflationsstreifen, keine Ahnung, was das ist. Ja, die haben wir doch schon. Echt? Ja, die hab ich doch schon. Impfler... hast du? Ja. Ich glaub' ich dir schon. Da, da! Da! Da, da! Da, da! Da, da! Da, da! Ich mag neue Waffen. Gucken was das ist. Erstmal ausprobieren die Waffe. Und dann ähm... Doch hier eine Ausnahmepause. Genau. Dann brauchen wir sowas. Wie eine Aufnahmepause. Ja. Das ist nämlich die letzte Folge Saints Row. Vor GTA 5. Ja. Genau. Dann kommt GTA 5. Die nächsten Tage. Dann machen wir glaube ich erstmal eine Pause. Weil GTA 5 dann gesuchtet werden muss. Wie bescheuert. Und dann machen wir aber keine Angst. Wir machen noch weiter mit Saints Row. Ja das ist klar. Aber halt. Für vorerst Ende. Ja. Dann äh. Willst du die Waffe noch testen? Ja dann nehmen wir die Waffe noch. Und dann verabschieden wir uns oder? Ja würde ich auch sagen. Äh. Äh wo ist denn die Waffe? Ich weiß nicht. Ah hier. Bei den Schrotfinden ok. Bei den Schrotfinden? Ja. Eine Flage auf 3. Daniel guck. Hier die Köpfe von ihm werden größer. Wie geil. Die Köpfe von ihm werden größer und die platzen dann. Echt? Ja guck. Junge das ist voll geil. Hä? Ob das auch mit Autos funktioniert? Nee leider nicht. Oh mein Gott ist das geil. Junge wie geil. Die upgrade ich auch ne? Alter Junge. So in diesem Sinne haben wir noch ein paar Köpfe platzen lassen. Ja. Verabschiede ich mich fürs erste und wir sehen uns hoffentlich ein paar Tage oder eine Woche nach sein Throne aller Frische wieder. Ich würde mich definitiv freuen. Ja. So. Dann wird es der Daniel denn erstmal raus. Auf Wiedersehen. Ja. So. Ich töte hier noch ein paar Menschen und denen sag ich auch mal tschüss. Bis demnächst dann. Ich freu mich natürlich wenn ihr mal einschaltet bei uns unsere Video und liked. Juicy guckst du mich für unsere Videos aber ihr liked sie nicht. Das ist nicht wichtig. Aber naja. Gut. Bis denn.